Vielfalt bedeutet für mich Repräsentanz, dass also auf unterschiedlichen Ebenen vielfältige Menschen vertreten sind und ich damit sehen kann, dass ich in verschiedene Positionen kommen kann und einfach das machen kann, was ich gerne möchte. Wir haben zum einen auf der studentischen Ebene ganz praktische Hilfeständungen wie das Diversity Mentoring, wo Studierende, die Barrieren begegnen, von anderen Studierenden unterstützt werden. Auf der Hochschulebene, auf der strategischen Ebene entwickeln wir gerade das Diversity Impact Assessment, was verschiedene Einrichtungen und uns als gesamte Universität zu einer diversitätsbewussten Hochschule macht. Netzwerke spielen hier, glaube ich, dieselbe Rolle wie sie überall spielen. Es ist unheimlich wichtig, dass man sich in Strukturen, die so groß sind wie eine Universität, wo also etliche hundert Personen arbeiten, vernetzt, statt, dass jede einzelne Person einen einzelnen Kampf führt, wenn sie irgendwie ein Problem hat. Den Tag der Vielfalt gibt es, weil wir so wahnsinnig viele unterschiedliche Aktionen an der TU Braunschweig haben, die Diversität im Fokus setzen und sich darum bemühen, dass unsere Universität auch die Heterogenität der Gesellschaft darstellt. Das bedeutet natürlich nicht, dass übermorgen dann Diversität kein Thema mehr ist, aber wir wollen einen Tag uns nehmen und uns mit diesem Thema beschäftigen und das auch ein bisschen feiern, dass wir hier so großartig aufgestellt sind.